Der blaue Podcast FPÖ aktuell. Ja, es war nach der letzten Woche hochinteressant zu sehen, dass auch vom Präsidenten der Generalprokuratur, von Herrn Dr. Peschorn, gesagt worden ist, dass es aus seiner Sicht eine eigenartige Zugangsweise gewesen ist, diese Corona-Finanzierungsagentur zu gründen und dass es sinngemäß interpretiert, ganz sicherlich nicht im Sinne der Steuerzahler gewesen ist, dieses Konstrukt zu wählen. Kritisiert worden ist natürlich auch der Umstand, dass diese COFAG absolut und komplett der parlamentarischen Kontrolle entzogen worden ist, das heißt also hier haben sich die ÖVP und die Grünen eine Spielwiese zusammengezimmert, wo man dann rund 16 Milliarden Euro Steuergeld hineinbezahlt hat und wie dann diese Auszahlungsmodalitäten stattgefunden haben und was hier wo passiert ist, ist absolut undurchsichtig und das kritisieren ja auch nicht nur wir, sondern es gibt auch einen vernichtenden Rechnungshofbericht dazu. Vielleicht zur Erklärung für den Bürger draußen, wie kann man sich so einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss vorstellen, welche Instrumentarien hat man zur Verfügung, was kann dann mit den Erkenntnissen passieren? Das Allerwichtigste ist, dass man sich im Vorfeld eines Untersuchungsausschusses, der per Minderheitenrecht eingesetzt werden kann, das heißt es geht hier um 25 Prozent aller Abgeordneten können einen Untersuchungsausschuss verlangen und auch erzwingen. Das Wichtigste ist, dass man im Vorfeld einmal weiß, was man eigentlich genau untersuchen möchte. Im Prinzip müssen es abgeschlossene Vorgänge der Verwaltung sein, das ist der technische Terminus dazu, das heißt also abgeschlossene Handlungen der Bundesregierung oder einzelner Ministerien, die muss man einmal genau definieren, dann muss man schauen, wer hier aller mit hineinwirkt und dann kann man entsprechende Beweismittelanträge stellen. Das haben wir in dem Zusammenhang auch getan und wenn man vielleicht auch ein Beispiel dafür haben möchte, wie es nicht funktioniert, dann kann man sich den ÖVP-Machtmissbrauchs-Untersuchungsausschuss anschauen. Also absolut ungenügend definierter Untersuchungsgegenstand, aber würde jetzt zu weit führen, das Ganze technisch zu erklären. Was ist der Sinn eines Untersuchungsausschusses? Da geht es schlicht und ergreifend nicht darum, ein Ersatzgericht zu bilden, sondern es geht im Untersuchungsausschuss einzig und allein darum, die politische Verantwortung für eben die vorher beschriebenen Vorgänge herauszuarbeiten. Das heißt also, wir sind nicht diejenigen, die dann irgendwelche Leute ins Gefängnis stecken oder wir sind auch nicht die Richter und die Staatsanwälte, sondern die politischen Parteien arbeiten heraus, wer für gewisse Vorgänge verantwortlich ist. Bleiben wir vielleicht kurz bei diesem zweiten Untersuchungsausschuss, eben wie Sie gesagt haben, von der ÖVP eingebracht, um also Verfehlungen der Sozialisten und der FPÖ während Regierungsbeteiligungen irgendwie nachzuvollziehen. Wie Sie schon gesagt haben, es muss aber für den Untersuchungsausschuss einen Verwaltungsrahmen geben, einen abgeschlossenen. Der ist ja hier nicht spezifisch irgendwie angegeben. Das heißt, ist dieser Untersuchungsausschuss jetzt gegen FPÖ und SPÖ eigentlich verfassungskonform so gesehen? Wir gehen davon aus, dass er eben verfassungswidrig ist. Das ist auch der Grund, warum wir gemeinsam mit der SPÖ auch versucht haben, den Untersuchungsgegenstand zu beeinspruchen beim obersten Gerichtshof. Da hat sich jetzt aber herausgestellt, dass offensichtlich die Geschäftsordnung eine Lücke hat, die von der ÖVP genutzt worden ist. Denn diese Geschäftsordnung sieht nicht vor, dass der Untersuchungsausschuss durch den Verfassungsgerichtshof beurteilt werden kann, wenn er im davor gehenden Geschäftsordnungsausschuss bereits beschlossen worden ist. Was heißt das auf einfach übersetzt? Es ist momentan die Möglichkeit da, dass man mit einer einfachen Mehrheit im Geschäftsordnungsausschuss, auf diesem Untersuchungsausschuss beharrt. Das hat die ÖVP gemeinsam mit den Grünen auch gemacht und deswegen hat hier der Verfassungsgerichtshof gar keinen Handlungsspielraum. Im Umkehrschluss heißt das also dann, dass es jederzeit möglich ist, dass die Regierungsparteien unter Ausschaltung der Verfassungsgerichtshofes willkürliche Untersuchungsausschüsse gegen die Opposition einleiten können. So gesehen kann man davon ausgehen, dass auch die ÖVP davon weiß, dass dieser Untersuchungsausschuss ja eigentlich verfassungswidrig ist. Die Wahlen stehen an, das heißt hier geht es um Wahlkampfgeplänkel im Endeffekt. Nicht nur um das, sondern dieser Untersuchungsausschuss ist aus mehrere Gründen einberufen worden. Zum einen ist es eine Trotzreaktion der ÖVP gegenüber dem Kofag-Untersuchungsausschuss, der natürlich total ordnungsgerecht eingebracht worden ist. Zum Zweiten führt dieser zweite Untersuchungsausschuss dazu, dass uns wertvolle Ausschusstage verloren gehen, weil man ja sozusagen die vorhandenen Möglichkeiten von Terminen zwischen zwei Ausschüssen splitten muss. Das heißt also man verhindert hier proaktiv die Untersuchung der Vorgänge rund um die Kofag, die Corona-Finanzierungsagentur. Und das dritte ist, dass man hier natürlich auch eine Plattform für Dirty Campaigning, also für Schmutzkübelkampagnen hat. Das sind sozusagen aus meiner Sicht die drei Antriebsgründe für die ÖVP, warum sie das tut. Und das muss man auch mal klar beim Namen nennen. Interessant ist, dass die ÖVP jetzt in der ersten Untersuchungsausschusswoche es nicht geschafft hat, ihre Befragungstage mit entsprechenden Auskunftspersonen zu füllen. Und das, obwohl man aber über 70 Leute vorgemerkt hat für potenzielle Ladungen. Also man sieht hier schon, dass hier ganz, ganz enorme Dilettanten am Werk sind, die sich auch gewisser rechtlicher Konsequenzen nicht bewusst sind. Am Ende des Tages trägt einer den Hauptschaden, einmal mehr der Steuerzahler, denn man muss sich vorstellen, gerade diese Aktenlieferungsansuchen und Anträge, die die ÖVP hier gestellt hat, die beschäftigen natürlich wirklich eine ganze Horde von Ministerialbeamten, die hier ihrer Arbeit nicht nachgehen können, weil sie somit blockiert sind. Und auch das Parlament muss ja ständig die Räumlichkeiten und das Personal dafür zur Verfügung stellen. Das heißt also, hier wird sozusagen nur deshalb, um eine Nebelgranate zu setzen, massiv Steuergeld verbrannt. Verantwortlich dafür ist die ÖVP. Ihr Gegenüber quasi auf der schwarzen Seite bei der ÖVP-Generalität, der Stocker, hat ja kürzlich eine Terrade auf die Freiheitlichen losgelassen und hat also aufgrund von Recherchen des äußerst linken Wiener Wochenblattes Falter, der Russland-Connections der FPÖ, aufs Tapet gebracht. Oder, ich weiß nicht, können Sie russisch? Nein, ich kann nicht russisch, aber ich finde es interessant, dass sich der Herr Stocker überhaupt jetzt da mit dem Falter ins Bett legt, denn offensichtlich ist das jetzt die neue Wahrheit. Man sieht einmal mehr, die ÖVP driftet immer mehr nach ganz links ab. Das war ja auch diejenige Partei, die die Grünen schlussendlich in die Regierung geholt hat. Bemerkenswert ist nur eines. Vor wenigen Jahren noch hat die ÖVP den Falter geklagt, weil man damals behauptet hat, der Falter hätte eine Geschichte über die ÖVP mehr oder weniger gefälscht, nämlich mit gefälschten Bilanzdaten und Buchhaltungsauszügen. Das hat die ÖVP mit Bauten und Trompeten verloren. Und jetzt ist scheinbar der Falter ein seriöses Medium geworden aus Sicht der ÖVP. Und man zieht nur einen Falterartikel dazu heran, um das loszulassen. Ein lustiges Detail am Rande ist der Umstand, dass just einen Tag bevor der Herr Stocker diese eigenartige Pressekonferenz abgesetzt hat, ein Spruch des obersten Gerichtshofes gekommen ist, wonach es die ÖVP unterlassen muss, in Zukunft zu behaupten, dass die Freiheitliche Partei gegen Bezahlung oder sonstige Vorteile, Anträge und sonstige Dinge im Parlament einbringt, die schlussendlich dann den Russen zum Vorteil gereichen würden. Das heißt, man muss hier eine Gegendarstellung machen. Das ist eine hochnotbeindliche Aktion für den Herrn Stocker. Und natürlich muss meines Erachtens auch die Strafe bezahlt werden. Was den Herrn Stocker reitet, der ja selbst an sich Rechtsanwalt ist, also diese Vorwürfe weiter fortsetzt und weiterhin den Crash-Test-Dummy für die ÖVP spielt, das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber man sieht jedenfalls eines, die ÖVP muss ganz, ganz massiv verzweifelt sein. Vielleicht noch ein Detail am Rande. Nutzen tun diese Dinge der ÖVP insgesamt überhaupt nicht. Denn es ist derzeit so, dass die FPÖ weiterhin in den Umfragen zulegt und Detail der ÖVP größer wird. Also vielleicht sollte man sich hier mal einen Strategiewechsel überlegen und einmal versuchen, konstruktiv zu sein. Für einen Außenständen wirkte das auch sehr kleingeistig, den Freiheitlichen während Ihrer Regierungsverantwortung Kontakte mit Russland vorzuwerfen, wo ja damals auch verbrieft ist, dass der Bundespräsident Kontakte zu Russland gehabt hat, die damalige Staatssekretärin Edtstadler in Moskau auf Besuch war. Also es wirkt alles einfach sehr konstruiert. Das ist absolut konstruiert. Man muss sich mal generell die Tangente der ÖVP zu Russland ansehen. Da war es zum Beispiel so, dass sogar noch lange nach Beginn des Kriegs, nach Ausbruchs des Kriegs, noch immer Wolfgang Schüssel in einer sehr gut dotierten Aufsichtsratsposition gesessen ist, bei Look Oil, wenn ich mich richtig erinnere. Auf der anderen Seite muss man die großartigen Kontakte zwischen dem ehemaligen Wirtschaftskammerpräsidenten Leitl und Wladimir Putin persönlich herausarbeiten. Es ist mir richtig gesagt, der Herr Bundespräsident hat sogar nach der Annexion der Krim und in weiterer Folge noch einmal 2016 davongesprochen und das auch publiziert, dass man hier den Kontakt zu Russland suchen muss. Und nicht zuletzt, das finde ich schon fast als Treppenwitz, gab es sogar letztes Jahr eine Delegation der Wirtschaftskammer Österreich in Moskau, wo man gemeinsam mit den Russen eine Wintersportveranstaltung angeboten hat. Also das heißt, wenn man irgendwie die Kontakte nach Russland sucht, dann wird man bei der ÖVP wahrscheinlich sehr schnell sehr fündig werden. Und weil sie vorher die ehemalige Staatssekretärin heute, die Verfassungsministerin Edtstadler angesprochen haben, die hat ja nicht nur Wladimir Putin getroffen, nein, sie hat sogar noch eine Kleidung gewählt, die den russischen Nationalfarben entsprochen hat. Also man sieht, wie wankelmütig die ÖVP ist, wie kleingeistig auch, aber ganz ehrlich, der eigenen Verfehlungen der FPÖ umzuhängen, das wird sich nicht ausgehen. Und da kann man also schon noch ein bisschen mit einem lachenden Auge sagen, da wird noch sehr viel Lustiges jetzt im Wahlkampf von den Gegnern der Freiheitlichen aufs Tapet kommen. Das wird absolut der Fall sein. Man könnte auch sagen, gerade im Hinblick auf die ÖVP wird noch sehr, sehr viel Wasser über die Wolga hinunterlaufen. Dankeschön, Herr Generalsekretärin. Danke auch. Der blaue Podcast FPÖ aktuell Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.